Was ist psychologische Anthropologie? Psychologische Anthropologie ist ein Forschungsgebiet, das Konzepte über Gesellschaft und menschliches Verhalten integriert. Dieses interdisziplinäre Feld untersucht das Zusammenspiel von Kulturstruktur und Individualpsychologie. Es gibt zwei breite Schulen der psychologischen Anthropologie. Einer betont den Einfluss der Individualpsychologie auf die Bildung von Kulturen und der andere konzentriert sich darauf, wie kulturelle Werte und Regeln das individuelle Verhalten sowie sogar psychische Erkrankungen beeinflussen. Psychologische Anthropologie verbindet die beiden Disziplinen Anthropologie und Psychologie und untersucht die Wechselwirkung zwischen Kultur und individuellen Denkmustern und Emotionen. Sowohl die Anthropologie als auch die Psychologie befassen sich mit dem Studium des menschlichen Verhaltens, obwohl sie sich in ihrem Ansatz unterscheiden. Anthropologen analysieren menschliches Verhalten vom soziokulturellen Standpunkt aus, während sich Psychologen auf den Einfluss der menschlichen Gehirnfunktion auf das individuelle Verhalten konzentrieren. Die Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Persönlichkeit, menschlicher Entwicklung, psychischen Erkrankungen und anderen psychologischen Schlüsselkonzepten sind einige der Hauptanliegen der psychologischen Anthropologie. In der psychologischen Anthropologie gibt es zwei wichtige Denkrichtungen. Man sieht die individuelle menschliche Psyche als eine Kraft, die die Gesellschaft und die kulturellen Werte prägt. Der andere betrachtet die menschliche Psychologie aus einer soziologischen Perspektive und geht davon aus, dass Kultur oder Menschen als Gruppe die menschliche Erfahrung interpretieren und die individuelle Persönlichkeit formen. Experten, die an die Kraft der menschlichen Psyche bei der Gestaltung kultureller Werte und Regeln glauben, weisen darauf hin, dass alle Kulturen aus Individuen bestehen. Sie glauben, dass das menschliche Gehirn die Art und Weise beeinflusst, wie Gruppen von Menschen mit ihrer Umwelt, ihren Familien, Nachbarn und der Gesellschaft insgesamt interagieren. Bestimmte menschliche Verhaltensmuster sind in vielen Kulturen verbreitet und wirken sich daher auf die Bildung dieser Kulturen aus. Einige Experten sind dagegen der Meinung, dass jede Kultur eine eigene Persönlichkeit hat. Sie glauben, dass kulturelle Ideen und Verhaltenserwartungen das individuelle Verhalten prägen. Kulturelle Vorstellungen über den Platz des Menschen in der Welt, über Leben und Tod und über eine höhere Macht sind alle untrennbar mit individuellen mentalen Zuständen und mentalen Prozessen verbunden. Darüber hinaus kann die Sprache einer bestimmten Kultur auch die Wahrnehmung der Welt durch den Einzelnen beeinflussen. Nach Meinung einiger Experten kann Kultur sogar psychische Erkrankungen prägen. Einige Menschen in Asien glauben beispielsweise, an einer als Kuro bekannten Störung zu leiden, einer besonderen psychischen Erkrankung. Menschen, die an Kuro leiden, stellen sich vor, dass sich ihre Genitalien in ihren Körper zurückziehen und dass sie an dieser Krankheit sterben können. Frauen, die Kuro erleben, glauben, dass sich ihre Brüste in ihren Körper zurückziehen. Es wird angenommen, dass dieser Zustand eine Form von Panikattacke mit einigen einzigartigen sexuellen Eigenheiten ist.